Hallo und herzlich willkommen hier heute aus unserem Außenleuchtenpark Trilux in Arnsberg. Und heute geht es um die neue Constella 19. Und mit wem kann ich mich am besten darüber unterhalten als unseren Applikationsmanager und Produktmanager für die Leuchte? Fabio Granata, schön, dass du da bist. Hallo Christian. Fabio, tolles Produkt, hier nicht in der ganz Original-Länge, klar, aber sag mal vielleicht, was sind die Highlights? Ja, das Produkt ist schöner, stärker und smarter als sein Vorgänger. Das hört sich spannend an, also quasi ein Hero unter den Produkten. Was macht die Leuchte denn, wir gehen es mal einfach durch, was macht die denn schöner aus? Was ist denn noch schöner als schon die vorige? Ja, wir haben hier ein klares Längenprinzip, das heißt die einzelnen Module, die Proportionen sind perfekt aufeinander abgestimmt. Wir haben zudem ein ganz besonderes Merkmal, was den hohen ästhetischen Designanspruch dieser Lichtstähle entspricht. Das heißt, wir haben keine sichtbaren Schrauben im Übergang der einzelnen Module und wir haben die Module klar lesbar gemacht. Das heißt, von Standrohr über Zwischenelemente, Smart-Module und Leuchtenkopf haben wir eine Designfuge, so dass man das Produkt als klar lesbare Lichtstähle interpretieren kann. Das heißt, passt auch dann von der Formsprache überall hin? Wo würdest du das empfehlen? Ja, generell ist das Produkt natürlich sowohl im öffentlichen Bereich einsetzbar, aber auch in der Industrie. Das heißt, Parkplätze, repräsentative Eingangsbereiche sind dafür prädestiniert und im öffentlichen Bereich, in der Fußgängerzone, auf öffentlichen Plätzen, Hafenpromenade, also eine Vielzahl an Anwendungsbereichen. Gerade bei den letzten, da brauchst du sicherlich auch den Punkt, du hattest von stärker gesprochen. Genau. Was macht diese Leuchte besonders stark? Ja, beim Thema stärker ziehen wir natürlich auf das Thema Qualität ab. Das fängt beim Standrohr an. Das Standrohr ist generell aus Stahl bei dieser Lichtstähle. Dann natürlich das Thema Lichttechnik und Lichtqualität. Wir setzen hier auf unser bewährtes MLT-System. Und wir haben auch ein ganz besonderes Gimmick im Bereich Leuchtenkopf. Das heißt, wir haben eine klare Wanne, klare PMMA-Wanne. Das ist so ein bisschen die Effizienzvariante. Und dann haben wir noch einen Leuchtenkopf mit bedruckter Form. Das heißt, man sieht hier so eine Verlaufsbedruckung von oben her kommt und von unten her, sodass die visuelle Blendung klar reduziert wird und das Thema Lichtqualität mehr in dem Vordergrund steht. Lichtqualität, du hast gerade schon mal den Begriff MLT. Das müssen wir, glaube ich, erklären. Wofür steht das und warum ist das qualitativ so gut von der Lichtqualität? Genau, MLT sind unsere Linsen aus einem Baukastensystem. Das heißt, wir setzen das eigentlich in allen unseren Mastleuchten ein. Und man hat halt hier die Möglichkeit, verschiedenste Lichttechniken zu realisieren und verschiedene Lichtverteilungen zu realisieren, sodass wir dort auch alle lichttechnischen Aufgaben erfüllen können. Und viele Aufgaben bedeutet auch, der Begriff, den hattest du mit SMART umschrieben. Und ich sehe schon ganz verschiedene Module, was man so gar nicht eigentlich in so einer Leuchte erwarten würde. Was macht diese Leute Leuchte SMART? Und ja, vor allem, welche Felder und Möglichkeiten eröffnet sich da noch für Städten, Kommunen oder Industriebereiche? Ja, das ist eine Vielzahl an neuen Anwendungsmöglichkeiten, natürlich auch für uns. Kommen wir aber erstmal vielleicht vom Thema Licht herkommend. Das heißt, unsere Leuchtenköpfe sind natürlich auch in Smart Lighting Ready Version erhältlich, sodass wir sie direkt ans Lichtmanagementsystem konnektieren können. Aber, jetzt hast du gerade auch schon mal so ein bisschen durch die Blume angedeutet, dass es ja auch andere Themenfelder gibt. Also wir haben standardmäßig zum Beispiel ein WLAN-Modul. Das heißt, aus der Lichtstähle heraus kann das als WLAN-Hotspot dienen, insbesondere auf öffentlichen Plätzen, zur Steigerung der Verweildauer, zur Erhöhung der Attraktivität auf Plätzen. Wir haben ein Kameramodul, das heißt aus der Stähle heraus 180-Grad-Winkel, den ich quasi zur Erhöhung der Sicherheit in kritischen Bereichen nahe von Gebäuden sehen kann. Wir können zählen, wie viele Leute in der Fußgängerzone dahergehen. Wir können die Autos detektieren. Also eine Vielzahl an Möglichkeiten, die uns da dann vorstehen. Und das Thema Lautsprecher, ja für leise Hintergrundmusik, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen oder ich nehme mal so eine Stadthalle vielleicht, Weihnachtskonzert, die Leute strömen in die Richtung und so wird schon mal so ein bisschen Weihnachtsmusik von außen gespielt. Aber natürlich auch Durchsagen in Shoppingmalls, Hotelanlagen, kann ich natürlich auch die Constela 19 hervorragend einsetzen. Und ich habe eine ganz besondere Variante heute schon gesehen. Ich habe ganz in der Nähe bei uns auf dem Parkplatz drunter geparkt. Ich war ganz überrascht. Und zwar strahlte mich auf einmal ein digitales Plakat sozusagen an. Was habt ihr euch da wieder ausgedacht? Ja genau, also er kann natürlich auch als Ereignisträger dienen. Das heißt, einen Monitor zum Beispiel an die Stähle zu integrieren. Und vielleicht, wenn ich jetzt den Schwenk zur Industrie schaffe, ein Auto kommt auf den Parkplatz gefahren. Die Kamera erkennt das Kennzeichen und auf dem Monitor zeigt er dir an. Herzlich willkommen Mitarbeiter Christian Bratz. Für Sie ist Parkplatz Nummer 23 reserviert. Also wenn das nicht smart ist, dann weiß ich es nicht. Definitiv. Also ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Und jetzt fragen sich natürlich alle da draußen, wie komme ich da dran? Wo kriege ich mehr Infos? Wo kann ich mir so eine Leuchte auch mal selber konfigurieren? In der Farbe, in der Form mit dem Modul. Was redest du da? Ja, natürlich auf unserer Internetseite. Dort findet man natürlich alle technischen Informationen im Online-Produktkatalog. Wir haben aber auch eine richtig coole Feature-Seite, die es sich wirklich lohnt mal zu besuchen, weil man da viel mit dem Produkt auch spielen kann. Und natürlich stehen unsere Außendienstmitarbeiter Ihnen bei allen Fragen auch zur Verfügung. Vielen, vielen Dank Fabio für diese tollen Insights. Wir freuen uns darauf, die in Ihren Städten, Kommunen und auch in den Industrie- und Shoppingmalls, habe ich gerade gelernt, wiederzufinden. Und ja, alle relevanten Infos haben wir für Sie natürlich wie immer verlinkt. Und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.